Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Sozial geht immer. Mein Name ist Nikola Timpe. Ich bin Klaus Wicher, Landesvorsitzender des SOVD Hamburg. Und heute zu Gast bei uns ist Dr. Arne Eppers. Seit 2020 sind Sie Landesvorstand der Arbeiterwohlfahrt, kurz AWO Hamburg. Und Sie sind seit über 35 Jahren für die AWO tätig. Wir, also AWO und SOVD, arbeiten seit vielen Jahren eng zusammen und wir haben ganz ähnliche Themenbereiche. Deshalb freuen wir uns umso mehr, dass Sie heute hier sind. Herzlich Willkommen, Herr Eppers. Auch herzlich Willkommen von meiner Seite. Wir freuen uns, Herr Eppers. Ich mich auch. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Vielen, vielen Dank. Ich habe in der Vorbereitung mal ein bisschen geguckt in Ihre Podcast-Reihe. Beeindruckend finde ich, was Sie bisher auf die Beine gestellt haben und den Hörerinnen und Hörern da liefern. Das ist toll. Gucken wir mal, ob wir das Niveau heute halten können. Die AWO setzt sich für eine sozial gerechte Gesellschaft ein, so wie wir auch. Davon sind wir aus unserer Sicht aber Lichtjahre entfernt. Die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer statt kleiner. Kinderarmut, Altersarmut, Bildungsarmut, fehlende Teilhabe, Gesundheitsrisikoarmut. Die Liste ist lang. Darüber wollen wir mit Ihnen heute sprechen. Aber sagen Sie mir doch als erstes mal, wie schaffen Sie es seit über 35 Jahren, morgens motiviert ins Büro zu kommen, angesichts dieser vielen sozialen Schieflagen? Ja, gern. Das ist natürlich nicht in 35 Jahren an jedem Tag gleich. Das variiert durchaus mal ein bisschen. Aber ich schaffe es ganz gut, weil die AWO, bei der ich eben so lange jetzt schon bin und seit zehn Jahren jetzt in Hamburg, ja ein bisschen dazu beitragen kann, die Situation zu verbessern. Wir sind hier in Hamburg etwa 1500 Leute hauptamtlich bei der AWO und ich bin einer von denen. Und insofern macht mir das sehr viel Spaß mit diesen engagierten Menschen, die sich im Sinne der Werte der AWO für die Hamburgerinnen und Hamburger einsetzen, auch zusammenzuarbeiten. Und das ist gar nicht schwierig, dann da mitzumachen und jeden Morgen den Antrieb zu finden. Wir beobachten ja die Armut in Hamburg ganz engmaschig und stellen fest, dass die Armut der Kinder und Jugendlichen, wenn man beide zusammen nimmt, in Richtung 30 Prozent geht. Und das macht uns schon ziemlich betroffen. Und uns macht betroffen, dass im Moment ja ein Gerangel um die Kindergrundsicherung gemacht wird, die wir ja eigentlich brauchen, um die Kinder für die Zukunft zu rüsten, damit sie auch gute Chancen in der Gesellschaft haben und wir hinterher richtig gute Arbeitskräfte haben, mit denen wir unsere Zukunft aufbauen können. Ich weiß nicht, wie sehen Sie das, Herr Ebbers? Also wir sehen das im Moment mit großem Schreck. Ja, ich habe jetzt neulich gerade mal gelernt, dass Armut, dass es sechs Generationen dauert, bis man die Armut in Richtung Mittelschicht verlassen hat. Das ist natürlich viel zu lang. Da müssen wir daran arbeiten, das müssen wir ändern. Denn die Motivation der Menschen, sich auch anzustrengen, aus dieser Armutssituation rauszukommen, ist ja nicht sehr groß, wenn man weiß, es dauert sechs Generationen, bis wir das geschafft haben. Also da müssen wir schneller werden und insbesondere da fördern, wo Menschen in prekären Verhältnissen sind und da müssen sie raus. Und da sind wir alle gemeinsam gefragt und Politik, Steuerzahlerinnen, Steuerzahler, wir alle zusammen. Aber das ist auch Aufgabe von AWO und SOVD genau an diesen Hebeln zu ziehen und wir möchten natürlich gerne, dass die Kinder und Jugendlichen hier gut aufwachsen, gute Chancen haben, in unserer Gesellschaft auch ihren Platz zu finden. Und da müssen wir natürlich einiges tun. Wenn ich jetzt mal bei der AWO gucke, Kindergärten zum Beispiel. Sie haben auch eine Menge Kindergärten. Genau, also die Arbeit Kinder- und Jugendhilfe ist einer der Schwerpunkte der AWO Hamburg seit vielen Jahren oder Jahrzehnten. Und wir haben auch inhaltliche Schwerpunkte. Wir versuchen auf der einen Seite eine hohe Fachlichkeit zu gewährleisten, bewegen uns sehr eng an den Hamburger Bildungsempfehlungen, die, glaube ich, gerade mal wieder überarbeitet werden und auch über Hamburg hinaus ausstrahlen. Also die sind ja wirklich sehr anerkannt. Und wir haben so einen besonderen AWO-Schwerpunkt beim Thema Partizipation. Das ist uns sehr wichtig. Können Sie da nochmal sagen, was Sie da mitmachen? Genau. Wir haben zum Beispiel vor einigen Jahren mal AWO-Kinderrechte gemeinsam mit den Kindern in den Kitas und in den Jugendeinrichtungen geschaffen. Wir haben wirklich Veranstaltungen, große Veranstaltungen gemacht, haben selbst Krippenkinder schon eingeladen. Man glaubt gar nicht, dass die schon an Abstimmungen teilnehmen können und haben AWO-Kinderrechte definieren lassen oder mit den Kindern gemeinsam definiert. Das war ein tolles Projekt. Da profitieren wir heute noch von in den Einrichtungen, weil das auch noch Teil der täglichen Arbeit mit den Kindern ist. Wir haben so kleine Heftchen gedruckt, die die Kinder dann auch bekommen und haben auch andere Formate, kindgerechte Formate. Also für uns ist das auch ein Demokratieprojekt, sowas dann. Und wir wollen ja so ein bisschen dazu beitragen und dafür sorgen, dass junge Menschen, wenn sie denn aufwachsen, aktiv an unserem demokratischen Miteinander teilnehmen. Und das fängt in der Kita an. Aber es läuft nicht ohne Probleme bei Ihnen. Wie sieht denn das mit der Finanzierung eigentlich aus? Ja, das läuft nicht ohne Probleme. Das stimmt. Das ist jedes Jahr ein neues Ringen um die Refinanzierung von Tarifen bei uns. Im Moment besonders... Es gibt doch die Zusicherung, die Tarife werden finanziert. Das ist so eine klare Aussage des Senats. Die gibt es, da sind wir auch... Da brauchen Sie doch nur warten, bis Geld kommt. Ja, das ist auch so. Nur bis wir zu Ende gewartet haben, brauchen wir ja auch Geld. Also insofern die Mechanismen, mit denen das passiert, die Refinanzierung, sind so, dass sie sehr träge sind. Wir haben in den Bereichen, in denen wir tätig sind... Stimmt das denn nicht, was der Senat sagt an der Stelle? Also das sind ja nun Verlautbarungen, die ganz offiziell gemacht werden. Und da muss man sich auch darauf verlassen können, dass das so ist. Und zwar nicht nur die AWU, sondern vor allen Dingen die, die diese Leistung in Anspruch nehmen, die Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Ja, also funktioniert schon, aber es ist nicht so, dass wir... Wir haben jetzt im Mai einen Tarifabschluss geschaffen. Dann kriegen wir nicht am 1. Juni das Geld. So funktioniert es nicht. Das wäre schön, wenn das so wäre, wenn wir eine unmittelbare Refinanzierung von Tarifen hätten. Wir haben Mechanismen, die zeitverzögert sind. Die haben in den letzten Jahren auch funktioniert. Solange es um Tarifsteigerung von zwei, drei Prozent geht, ist das nicht so ein Thema. Aber jetzt... Nee, das müssen wir den Menschen, die hier zuhören, nochmal deutlich machen. Also es gibt das Versprechen, wir refinanzieren das. Aber sie kommen bei der Art und Weise, wie das gemacht wird, in finanzielle Probleme. Vielleicht können sie uns das nochmal ein bisschen besser erlauben. Kommen wir insbesondere dann, wenn wir hohe Tarifabschlüsse haben, weil wir vorfinanzieren müssen als Anwanderer. Wie jetzt? Wie jetzt. Jetzt haben wir inflationsbedingt, da gab es Forderungen von Seiten der Gewerkschaften in vielen Branchen ja, hohe Tarifabschlüsse haben zu wollen. Denen ist es auch weitgehend ja nachgekommen worden. Wir haben... Zu Recht. Zu Recht, genau. Das ist genau. Und wenn der Abschluss so hoch ist, dann haben wir ein Problem damit, das lange vorzufinanzieren. Das haben nicht nur wir, das haben auch der größte Kita-Anbieter, jetzt die Elbkinder, haben das genauso wie wir. Insofern ist es wichtig, dass wir, wenn solche, also wenn wir funktionierende Systeme haben, in der Regel, wenn dann aber Ausnahmen sind, dass dann auch Ausnahmen als Lösungen entstehen. Also wir bräuchten in diesem Jahr dringend eine schnelle Lösung zur Refinanzierung dieser hohen Tariflöhne. Da sind Sie im Gespräch. Da sind wir im Gespräch. Und sind Sie da optimistisch? Naja, es wird... Der Finanzsenator sagt immer, wie ich... Er hat kein Geld, ja. Kein Geld kann man nicht sagen, aber er hat da Schwierigkeiten. Ja, also wir werden nicht das kriegen, was wir brauchen, um eine vollständige Refinanzierung jetzt schon zu kriegen. Im nächsten Jahr sieht es dann wieder ein bisschen anders aus. Da wird es ein bisschen besser werden, hoffe ich. Aber auch da haben wir schon wieder einen hohen Tarifabschluss, den wir jetzt schon kennen für nächstes Jahr. Also das Problem schleppt sich von Jahr zu Jahr. In Hamburg könnte die gesamte Finanzierung der sozialen Arbeit überdacht werden. Das wäre gut, wenn wir schneller Refinanzierung hätten. Also vielleicht darf ich da nochmal behilflich sein. Wir sind ja als Sozialverband genau hinter diesen Fragen her. Und wir sagen, die Finanzierung muss zeitnah erfolgen, denn wenn man eine Tariferhöhung hat, muss man die sofort bezahlen. Also muss die Refinanzierung durch den Senat auch sofort erfolgen. Das ist das eine. Das zweite ist, es darf auch nicht immer so zeitlich befristet sein. Ein Jahr, zwei Jahre, ich weiß nicht, ob es auch dreijährige Zuwendung gibt. Das Problem, was Sie doch haben, wenn Sie für zwei Jahre Geld kriegen, stellen Sie doch keinen für vier oder fünf Jahre ein, sondern es kommt hier zu prekären Beschäftigungen. Das wird durch diese Art von Finanzierung durch den Senat doch gefördert. Jetzt sprechen Sie das Thema Zuwendung. Im Kita-Bereich gibt es ja eine regelhafte Finanzierung und Mechanismen auch zur Steigerung. Im Bereich Zuwendung ist es tatsächlich, hat sich eine Situation ergeben in den letzten Jahren und Jahrzehnten, die eigentlich nicht länger hinzunehmen ist. Da ist es so, dass Einrichtungen, die im Grunde genommen zur Daseinsvorsorge gehören, Kinder- und Familienzentren als Beispiel sowas, die es Jahrzehnte gibt, die stellen jedes Jahr einen Antrag, müssen jedes Jahr einen Verwendungsnachweis machen. Der Hamburger Senat sagt, sie wollen die Haushaltshoheit nicht verlieren, deswegen wollen sie keine dauerhafte Finanzierung. Aber wenn eine Einrichtung seit 25 und mehr Jahren existiert und gute Arbeit macht, dann kann es doch nicht sein, dass man immer weiter solche jährlichen Bewilligungen macht, die genau das nämlich dann herbeiführen, was Sie gerade beschrieben haben. Prekäre Beschäftigung. Wir müssten im Grunde genommen ja nur befristete Arbeitsverhältnisse haben. Wir machen es zum Teil mittlerweile anders, aber das heißt, wir übernehmen das Risiko, wenn die Stadt dann sagt, nee, wir finanzieren es nicht weiter, dann haben wir die Menschen. Nun ist es ja, Fachkräftemangel sorgt ja dafür, dass wir für jeden auch eine Beschäftigung haben. Aber korrekt ist das nicht. Und ein besonderes Phänomen dabei ist ja, dass diese Zuwendungsfinanzierung aus einer Zeit kommt, wo Verbände und Organisationen selber Ideen hatten, irgendein Projekt machen zu wollen und eine Kofinanzierung dann bekommen haben. Und das Relikt aus dieser Zeit ist, dass es immer noch einen Eigenanteil zu zahlen gibt. Also wir haben Zuwendungsprojekte in einer erheblichen Größenordnung, wo wir Eigenanzeile von 5% oder so zahlen müssen. Das kann doch nicht richtig sein. Aber können Sie uns mal erklären, in welchen Bereichen ist das? Die 5% müssen Sie ja irgendwo verdienen. Ja, das war früher möglich. Und wo machen Sie denn das? Und wie machen Sie das? Ja, mittlerweile gelingt es einfach nicht mehr. Das war früher vielleicht zum Beispiel im Kita-Bereich noch möglich. Heute sind aber die Finanzierungspräzision in allen Bereichen so hoch, dass man gar nicht mehr aus einem Bereich Geld rausnehmen kann und in einen anderen stecken. Und das Problem ist insbesondere da, wo wir offene Kinder-Jugendarbeit haben, da ist viel Zuwendungsfinanzierung. Die Projekte vor Ort. Also um mal konkret zu sagen, das sind Bauspielplätze beispielsweise, die notwendig sind, damit die Kinder sich auch nach der Schule mal ein bisschen austoben können und ähnliches mehr. Und die haben Engpässe bei der Finanzierung, weil sie irgendwie Geld dazu verdienen müssen, was ja, ich sage mal, wenn überhaupt nur sehr schwer möglich ist. Genau, Beratungseinrichtungen gehören auch dazu. Kinder-Familienzentrum ist eine wichtige Beratungseinrichtung, die, genau wie Sie sagen, eigentlich Geld dazu verdienen müsste. Selbst wenn so eine Einrichtung Spenden akquiriert, was ja gelingt oft, dann sind diese Spenden in das Finanzierungskonzept einzubringen und dementsprechend weniger engagiert sich dann der Bezirk und reduziert seine Mittel. Das ist nicht mehr zeitgemäß, das geht so nicht weiter. Da werden wir auch versuchen, mit den Kolleginnen und Kollegen von den anderen Wohlfahrtsverbänden nochmal ein bisschen in einen Dialog mit Politik und Verwaltung zu treten, ob wir da nicht zukünftig eine veränderte Struktur hinbekommen. Durch den Krieg in der Ukraine und die Menschen, die hierher flüchten, wird ja das Problem noch verschärft. Sie alle suchen ja Kindergartenplätze, vielleicht auch andere Möglichkeiten, Beratung und ähnliches. Laufen wir da nicht auch als Gesellschaft aufgrund? Also die Zuwanderung von außen und die Schutzsuchenden, die aus der Ukraine kommen, verschärfen natürlich dieses Problem nochmal um einiges. Wir sind da als AWO sehr früh, haben uns engagiert bei dem Thema. Wir hatten gerade das Glück, wir haben ein Partnerunternehmen aus der Wohnungsbaubranche, die FEWA, die sozial engagiert sind und mit uns eng zusammenarbeiten. Die haben uns ein Gebäude zur Verfügung gestellt, relativ groß in Farmsen, wo wir Menschen, die aus der Ukraine kommen, die da auch wohnen in großer Zahl, ein bisschen versorgen können und so ein kleines Sozialzentrum da aufgebaut haben. Wir haben einen Coworking Place da geschaffen, wo Menschen, die noch arbeiten, online arbeiten für Firmen, die in der Ukraine ihren Sitz haben oder Schülerinnen, Schüler, die ihr Abitur noch zu Ende machen wollen, sich da hinsetzen können und das tun. So was haben wir gemacht. Wir haben da eine Kleiderkammer geschaffen. Das ist ein tolles Projekt, aber da müssen wir viel machen, glaube ich, noch, um diese Menschen auch zu integrieren. Denn das, dass die, in Hamburg hat jetzt, glaube ich, etwas über 40.000 Menschen aus der Ukraine aufgenommen, dass die alle zurückgehen werden in kurzer Zeit, das ist ja nicht absichtbar. Das wird nicht passieren. Das ist ja zerstört, das Land. Wo wollen die da wohnen? Genau. Deswegen sollen sie auch gerne hierbleiben, finde ich. Denn das ist ja auch, also wir suchen ja auch Arbeitskräfte für die Zukunft und auch da kann man ja gucken, ob da nicht jemand dabei ist, den wir dann hier integrieren können. Das ist das nächste Thema. Sie haben ein großartiges Projekt, Aktivus. Und dort arbeiten Sie ja sozusagen mit den Migrantinnen und Migranten und Flüchtlingen zusammen. Und hier ist die Frage, Sie wollen die in Arbeit bringen. Das ist die Idee. Wie funktioniert das eigentlich? Das funktioniert im Moment noch etwas schleppend. Aktivus gibt es jetzt, das ist eine Tochtergesellschaft, gibt es seit über 20 Jahren. Und das, was Aktivus auszeichnet, ist eine hohe Flexibilität, immer wieder neue Formen der Integration und der Arbeitsmarktintegration zu finden und zu schaffen und zu versuchen, die Behörden zu überzeugen, das auch zu finanzieren. Wir wollen uns das nochmal ein bisschen vorstellen. Wo sind da die Probleme? Also die Menschen kommen ja hierher und können vermutlich nicht so gut Deutsch. Vor allen Dingen die, die schnell flüchten mussten, die könnten ja nicht zwischendurch nochmal Deutsch lernen. So, da gibt es Sprachhemmnisse, wahrscheinlich auch kulturelle Unterschiede, nicht? In der Herangehensweise und ähnliches. Da haben die Probleme, müssen ihre Kinder unterbringen und so weiter. Wie läuft das? Wo sind da die großen Knackepunkte, die Sie lösen? Sprache ist tatsächlich das erste Problem und da ist Aktivus sehr aktiv. Sprachkurse, Integrationskurse werden angeboten vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gefördert zum Teil und finanziert. Dann geht es aber auch um Anerkennung von Zertifikaten, Berufsabschlüssen, die im Ausland erworben sind. Wenn Menschen hierher flüchten, die suchen ja nicht vorher erst noch ihre Unterlagen zusammen und denken, jetzt nehme ich mal noch das Zeugnis mit und dies und das, sondern sie kommen und kommen mit einer Plastiktüte, mit ein paar Sachen und das war's. Das heißt, wir haben auch die Schwierigkeit der Anerkennung von Abschlüssen und sowas und der fehlenden Unterlagen möglicherweise. Da müssen wir flexibler werden. Im Moment ist der Arbeitsmarkt, wird noch geschützt, als müsste man den Zugang irgendwie noch regulieren und beschränken. In Wirklichkeit brauchen wir doch Menschen, die in den Arbeitsmarkt kommen. Insofern lassen Sie ihn doch reinlassen. Aber vielleicht fangen wir erstmal damit an, was wünschen Sie sich an der Stelle, was muss da besser werden? Also wenn wir mal in Richtung Senat gucken. Die sind ja ganz nah dran, die erleben das ja auch, die suchen Unterkündigungen. Wir sind da also richtig unterwegs, das muss man sagen, aber an manchen Stellen müssen wir mehr tun. Auf jeden Fall. Also der Senat kann einiges tun, aber es sind auch viele Bundesmittel in dem Feld unterwegs. Migrationsberatung, Jugendmigrationsdienste und sowas müssen finanziell besser ausgestattet werden. Auch da gibt es zeitlich befristete Bewilligungen. Dann geht es mal rauf, mal runter. Dann hat man mal zehn Leute in der Beratung. Nächstes Jahr hat man nur noch acht. Das kann nicht von der, sagen wir mal, Flüchtlingskonjunktur abhängen, wie viele Menschen nach Hamburg kommen, wie die ausgestattet sind. Das muss eine Mindestfinanzierung, muss da sein und die fehlt. Jetzt nochmal zu den Arbeitskräften. Sie brauchen ja auch Menschen, die das machen. So und wir hören ja immer Fachkräftemangel, aber ich glaube, es gibt auch insgesamt einen Arbeitskräftemangel. Und könnten, also einerseits könnten die Flüchtlinge dabei helfen, wenn man sie früher und schneller integrieren kann in Arbeit, dass das eine und das andere ist natürlich, dass wir mittelfristig mal gucken müssen, wie kriegen wir da eine Stabilität hin. Haben Sie da als AWO Ideen? Naja, also mittelfristig kann man den Mangel an Arbeitskräften ja nur durch Zuwanderung tatsächlich lösen und dazu müssen die Voraussetzungen geschaffen werden. Menschen müssen reinkommen dürfen und schnell in den Arbeitsmarkt, wenn sie mögen. Das ist wichtig. Wir müssen aber anfangen, ehrlich miteinander zu diskutieren, wie denn kurzfristig auch eine Lösung auch sein kann. Denn der Fachkräftemangel oder der Arbeitskräftemangel ist ja Ergebnis einer demografischen Entwicklung. Ich habe in der Schule früher noch diese Zwiebel gelernt. Heute ist das ja eine umgedrehte Zwiebel, so dieses Modell von Bevölkerungsentwicklung. Das heißt, es kommen immer weniger Jüngere, die immer mehr Ältere irgendwie versorgen müssen. Wir brauchen also Arbeitskräfte und die haben wir nicht. Und das ist nicht ein Problem der Zukunft, sondern das ist jetzt schon da. Und mit ehrlicher Diskussion meine ich, wir müssen darüber sprechen, was wir mit weniger Ressource, die ja nun mal da ist, jetzt machen wollen. Das heißt, wir können entweder weiter die gleiche Versorgungsqualität leisten wollen, dann können wir es aber nur für weniger Menschen tun. Oder wir können weniger Versorgungsqualität haben, weiterhin für alle. Und diese Diskussion sollten wir führen und nicht dem Markt überlassen. Denn wenn wir das machen, dann haben wir die Schere zwischen Arm und Reich, die dann noch weiter auseinander geht. Genau, viel weiter geht es ja schon gar nicht mehr, weil das ist ja auseinandergetrifft. Hamburg zeigt das ja auch sehr deutlich. Hohe ansteigende Armut und auf der anderen Seite eine hohe ansteigende Zahl von Vermögensmillionären, aber auch Einkommensmillionären. Lassen Sie uns nochmal über die verschiedenen Flüchtlingsströme reden. Bei den Ukrainern gibt es doch so etwas wie eine schnelle Möglichkeit, in Arbeit zu kommen. Das dürfen die ja. So, und gelingt das? Und wo sind die Probleme? An welchen Stellschrauben müsste man drehen? Zum Teil gelingt das. Über dieses Hamburg-Welcome-Center werden Menschen vermittelt in Arbeit. Den Umfang, in Zahlen kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, aber das funktioniert zum Teil. Wichtig ist, das drumherum zu schaffen, dass wenn Kinder dabei sind, muss die Kinderversorgung gewährleistet sein, damit die Erwachsenen dann arbeiten gehen können. Da könnte noch ein bisschen mehr getan werden. Zum Beispiel ist in den Unterkünften für Geflüchtete ist es so, dass da eigentlich keine Kinderbetreuung vorgesehen ist. Wir versuchen natürlich insbesondere als AWO die Kinder auch in die Regelversorgung, in die Kitas zu ziehen, aber es wäre schon schön, auch in den Unterkünften selber so ein Mindestangebot zu machen für die Kinder, die da sind. Da sagen wir jetzt mal Senat. Hast du gehört? Das könnte angegriffen werden. Das könnte man machen jetzt. Das ist relativ einfach zu machen, tatsächlich. Es muss nur passieren. Gut, also das ist der eine Teil sozusagen derjenigen, die kommen. Da muss Sprachförderung gemacht werden, nachqualifizieren und so weiter. Das läuft alles ganz gut. Dann gibt es aber auch die, die sozusagen aus anderen Ländern hierher flüchten, also Syrien, Libanon und wie die Länder alle heißen. Die können ja nicht sofort in den Arbeitsmarkt. Da bilden sich ja sozusagen so Ländergruppen und da hört man dann Dinge, die für unsere Gesellschaft auch nicht gut sind. Ist es da nicht besser, man gibt diesen Menschen die Chance, in Arbeit zu kommen und wer in Arbeit kommt, kann bleiben? Genau, das war das, was ich eben meinte, dass wir noch so protektionistisch unseren Arbeitsmarkt mit einem Kokon umgeben haben und Leute nicht reinlassen. Das war vielleicht vor 20 Jahren, als wir mehr Arbeitsplätze als Menschen hatten. Richtig. Jetzt ist es aber andersrum und wir suchen an allen Stellen und haben Menschen hier und wir suchen aber immer noch irgendwo im Ausland. Da gibt es immer noch Projekte, wir fahren nach Indien und fragen mal, ob da jemand kommen möchte. Möglichst noch die Hochausgebildeten. Dabei sind viele Menschen schon hier, denen es viel besser gehen würde, wenn sie arbeiten dürften und die auch viel besser integrierbar wären dann. Und uns ging es auch besser, weil die dann natürlich auch unser Volksvermögen steigern würden, wenn sie arbeiten könnten. Also man müsste sozusagen die Zeiten verkürzen, die Wartezeiten, bis sie in die Arbeit kommen können und eine stärkere Förderung auch in diese Richtung unternehmen. Wie ist da eigentlich die Zusammenarbeit mit der Arbeitsagentur und mit den Jobcentern? Die funktioniert auf operativen Ebene ganz gut. Wir haben jetzt leider festgestellt, dass es bei den AGH-Maßnahmen so ein leises Ausschleichen gibt. Also das ist reduziert worden in letzter Zeit. Gleich ja die Gelder noch da sind. Davon gehe ich aus, das weiß ich nicht so genau. Aber ich. Dann laufen sie in andere Formate und Projekte wahrscheinlich, aber nicht dorthin. Aber jetzt nochmal, um ganz konkret zu kommen. AGH sagte man früher 1-Euro-Jobs. Und eigentlich ist es ja nicht sinnvoll, die Menschen in 1-Euro-Job zu bringen. Das muss man ja auch mal sagen. Besser wären sozialversicherungspflichtige Tätigkeiten. Aber warum sind Sie jetzt so dahinter her, dass Sie sagen, diese AGH, die brauchen wir eigentlich zumindest vorübergehend? Naja, wir brauchen einen zweiten und auch einen dritten Arbeitsmarkt tatsächlich, um in der Breite genug Menschen zu haben, die mitwirken können daran, dass wir volkswirtschaftlich prosperieren und dass wir die Versorgungsleistungen für alle Menschen weiterhin aufrechterhalten wollen, weil wir sonst ja einen Teil der Bevölkerung ausschließen aus Arbeit. Und das können wir uns gar nicht mehr erlauben, weil wir viel zu viel Arbeit haben und viel zu wenig Menschen. Insofern müssen wir alle reinholen. Wir kriegen das nicht in alle Tiefe jetzt diskutiert, aber haben das angesprochen und fordern auch hier Senat und Agentur für Arbeit auf, an der Sache sozusagen ein bisschen lenkender oder helfender einzugreifen. Also es gibt auch positive Ausnahmen. Ich hatte eben von diesem Coworking Space berichtet, dass haben wir auf kurzen Dienstweg relativ schnell mit der Sozialbehörde und mit den Menschen, der für Arbeit zuständig ist, da verhandeln können. Das probieren wir jetzt mal aus. Und wenn das in der Fläche funktioniert, ist das eine Maßnahme, die einfach hilft, Menschen zu integrieren und ihnen weiterhin Möglichkeiten zu geben, am Arbeitsmarkt teilzuhaben. Wir gucken uns nochmal an den Bereich Pflege. Der Bereich Pflege ist ja jetzt auch in der Pandemie und in der Nachfolgezeit sozusagen immer stärker in den Fokus gerückt. Es fehlen Pflegekräfte und offenbar fehlt es auch an Geld. Jetzt werden die Beiträge erhöht für alle. Ja, es ist was Richtiges passiert, nämlich dass eine Verpflichtung zur Tarifzahlung eingeführt wurde. Das ist erstmal richtig. Aber das führt natürlich dazu, dass die Pflege teurer wird und es Schwierigkeiten gibt, das zu lösen. Entweder müssen die Beiträge zur Pflege und Krankenversicherung ins Unermessliche steigen, um das zu finanzieren, oder man muss halt die Leistungen reduzieren, was wir auch nicht wollen. Was wir im Moment sehen, ist eine Pleitewelle. Das ist nicht richtig. Man kann Steuerzuschüsse machen. Gut, aber das wäre auch eine Finanzierung. Also man muss mehr Geld ins System geben. Was wir im Moment sehen, ist eine Pleitewelle bei den stationären Einrichtungen in ganz Deutschland. Stationäre Pflegeheime gehen gerade den Bach runter. Was sehen Sie denn noch für Lösungsansätze aus Ihrer Sicht? Was muss da passieren? Und zwar schnell sicherlich auch. Ja, ich würde eine Stärkung des ambulanten Bereichs als Lösung sehen. Wir bieten zum Beispiel Servicewohnen an in Hamburg. Nicht nur wir, das machen viele. Und das ist eine gute Lösung, um Menschen möglichst lange in ihrem eigenen Wohnraum versorgen zu können. Auch wenn schon eine leichte Pflegebedürftigkeit entsteht, kann man ambulante Pflege dazubekommen. Das muss nur auch so finanziert werden, dass es dauerhaft funktioniert. Das ist im Servicewohnen insbesondere da, wo es nicht um Selbstzahler geht, sondern um Menschen, die auf Fürsorgeleistungen, Transferleistungen angewiesen sind, ist das schwierig. Aktuell jetzt gerade. Ich hoffe, das löst sich demnächst. Aber das ist auf jeden Fall eine Lösung, mehr ambulante Versorgung zu haben als vorher, weil es diese stationären Plätze gar nicht mehr gibt. Und wenn wir die Leute ambulant nicht vernünftig versorgen, dann brauchen sie irgendwann stationäre Plätze und wir haben sie nicht mehr. Aber da haben sie die Arbeitskräfte auch nicht? Ja, da gilt das Gleiche, was ich eben gesagt habe. Wir müssen uns überlegen, Vollversorgung für alle oder 100 Prozent der Qualität weiterhin. Beides zusammen geht nicht. Das ist Mist, dass das so ist. Aber wenn wir den Diskurs darüber nicht führen, dann wird der Markt auch das entscheiden. Und das können wir bei dem Thema nicht wollen. Wir müssen das politisch gestalten. Das kann man sowieso aus unserer Sicht dem Markt gar nicht überlassen. Sondern hier geht es ja darum, dass wir eine Grundversorgung für die Menschen, die Pflege bedürfen. Und das ist ja eine immer größer werdende Zahl. Dem müssen wir uns ja auch nochmal stellen. Das müssen wir sicherstellen. Und da hat der Senat, also die Länder haben ja einen Versorgungsauftrag. Und die Pflegekasse muss das finanzieren. Und wenn da nicht genügend Mittel da sind, dann muss natürlich an anderer Stelle zufinanziert werden. Aber das Problem ist ja, selbst wenn man Geld genug hätte, die Arbeitskräfte sind offenbar nicht da. Wie lösen wir das? Also gibt es da Ideen von der AWO, wo wir sagen können, da müssten wir jetzt schneller sein, das müssen wir mehr angreifen? Da gilt das Gleiche, wie ich vorhin für den Bereich des Sozialen gesagt habe. Es gilt in der Pflege fast noch mehr. Wir müssen durch Zuwanderung Leute ins System reinholen, die Versorgungsleistungen erbringen können und die mitarbeiten. Das muss schneller gehen, das muss unbürokratischer werden. Anders wird es nicht werden. Wir sind viel zu langsam. Politik ist zu langsam. Da ist das Thema noch gar nicht so richtig angekommen. Wie ist mit Bürokratisierung an der Stelle? Haben die zu viele bürokratische Hürden aufgebaut? Müssen die Mitarbeiter zu viel in Bürokratie reinstellen? In jedem Fall. Um Menschen, die zum Beispiel keine formal, keine in Deutschland anerkannten Abschlüsse vorweisen können, weil sie sie entweder nicht dabei haben, weil sie hierher geflüchtet sind oder weil sie andere haben vielleicht aus anderen Ländern. Das ist viel zu kompliziert. Da müssen sowohl die Menschen selber, die in den Arbeitsmarkt wollen, als auch der Arbeitgeber muss Hürden überwinden, dann die Anerkennung herbeizuführen. Da würden wir uns Erleichterungen wünschen tatsächlich. Ich würde gerne ein anderes Thema noch anschneiden. Wer arm ist, hat ein erhöhtes Risiko, krank zu werden und sogar vielleicht früher zu sterben. Unter dem Namen AWO-Gesundheitstreff haben Sie jetzt am Ostdorfer Born ein lokales Gesundheitszentrum eröffnet. Wie läuft denn das? Genau, wir haben vor zwei Jahren einen eigenen Fachbereich Gesundheit bei der AWO etabliert, weil wir glauben, dass das ein Thema ist für die Zukunft unbedingt und haben jetzt mal mit diesem Projekt begonnen, mit dem AWO-Gesundheitstreff und tatsächlich rennen die Leute uns die Bude ein. Das geht also richtig gut los. Denn der Fachkraftmangel betrifft ja auch die medizinische Versorgung. Und wer hat es dann schwer, an Versorgung zu kommen? Das sind wieder die Menschen, die sozial schlechter gestellt sind als andere. Und für genau die ist dieser Gesundheitstreff da. Es kommen ganz viele. Und es geht ja darum, geringe Ressourcen oder geringere Ressourcen klug einzusetzen. Und genau das macht dieser Gesundheitstreff, indem er vorgeschaltet eine Beratung durchführt, wo sollen die Leute denn an. Die kommen mit den unterschiedlichsten Problemen, also wirklich mit somatischen, physiologischen Krankheiten richtig, aber auch mit psychischen Problemen, mit Beratungsbedarfen und so weiter. Und genau das wird dort analysiert von Menschen, die sowas gut können. Und dann wird ein Weg geebnet, wo es denn weitergehen kann und wo es richtig weitergehen kann. Das heißt, wir sparen auch viele Sackgassen einfach, wo Menschen an die falsche Stelle geraten und da, wo sie gar nicht hingehören, sondern vielleicht ganz woanders hingehören. Und das wird da gelenkt. Und das ist, glaube ich, ein Modell für die Zukunft. Hamburg hat ja versucht, jetzt in jedem Bezirk so ein lokales Gesundheitszentrum, ich weiß nicht, ob es jetzt schon in jedem eines gibt, ich glaube noch nicht. Aber das ist sicherlich eine gute Lösung für die Zukunft. Und wir als AWO sind gern bereit, da auch mitzumachen und das zu fördern, weil wir es für den richtigen Weg auf jeden Fall halten. Wir könnten da auch unterstützen mit Sozialrechtsberatung, die man vor Ort natürlich anbieten kann. Also das eine ist diese Lenkungsfunktion, von der Sie gesprochen haben. Die Leute müssen nicht von Pontius Pilatus laufen, sondern sie kommen gleich an die richtige Stelle. Das Zweite ist, was wir sehen und was wir auch positiv empfinden, ist, es ist ein niedrigschwelliger Weg in das Gesundheitssystem. Das heißt, wir fordern die Menschen auf, geh hin, du musst da nichts bezahlen. Das ist alles sozusagen kostenfrei. Man nimmt Ängste. Ist das so? Merken Sie das? Dazu kommt, dass auch Sprache wieder da ein Problem ist. Da kommen halt Menschen, die auch der deutschen Sprache nicht unbedingt so mächtig sind und schon gar nicht in diesem medizinfachlichen Sprachbereich. Und da ist an einer Stelle geballte Sprachkompetenz oder es wird zumindest irgendwie ein Weg organisiert, wie man die Kommunikation hinbekommen kann. Und dieses vermeiden, Leute an die falsche Stelle zu schicken, das schafft bei denen ja auch Vertrauen in das System Gesundheit. Und das ist ein Effekt, den man gar nicht hoch genug einschätzen kann, glaube ich. Ich möchte kurz noch auf ein Thema kommen, was uns auch sehr umtreibt. Die Gesellschaft auch in Hamburg wird älter. So und wir müssen den älteren Menschen natürlich auch Möglichkeiten bieten, sich in der Gesellschaft zurechtzufinden, in der Gesellschaft zu bleiben, nicht zu vereinsamen und so weiter. Sie bieten da die Seniorentreffs an. Lassen Sie uns nur kurz sprechen über die Probleme, die dort im Moment sind. Sehr gerne. Es gibt 80 Seniorentreffs ungefähr in Hamburg. Wir haben, glaube ich, 25 davon. Und die AWO-Seniorentreffs sind ehrenamtlich geführt. Und wir haben viele Leitungen in diesen Ehrenamtstreffs, die 70, 80 Jahre alt sind, die das ehrenamtlich machen. Und in Wirklichkeit ist das... Man muss auch sagen, die machen das toll. Die machen das super. Die Leistung ist enorm. Das wollte ich gerade sagen, die, die ihr bringen. Das ist aber eigentlich fast ein Halbtagsjob, was die da machen, weil sie wirklich fast täglich vor Ort sind und so. Und die AWO hat sich jetzt massiv dafür eingesetzt, dass es hauptamtliche Unterstützung für Seniorentreffs geben muss, um diese ehrenamtliche Struktur, die wir ja für richtig halten, aufrecht zu halten. Aber es braucht Hilfe. Und der Senat hat jetzt ja ein Projekt aufgelegt, das aus unserer Sicht aber nicht wirklich Hilfe ist. Das ist wieder so eine Art Zuwendungsprojekt, zeitlich befristet. Man muss einen Antrag stellen. Hinterher soll es eine Evaluation geben. Unsere Sorge ist, dass die ehrenamtlichen Leitungen in den Treffs nicht weniger Arbeit haben, sondern jetzt noch mehr, weil sie am Ende möglicherweise noch zu einem Verwendungsnachweis beitragen müssen. Man kann es ja zusammenfassen und sagen, kompliziert, wenig Geld hilft nicht. Und eigentlich steht ja in dieser sogenannten Globalrichtlinie, die extra dafür geschaffen worden ist, drin, Seniorentreffs sollen weiterentwickelt werden. Und da haben wir ein Angebot, was wir sehr gut finden. Wir möchten gerne Zentren bilden. Das heißt, das ganze Altenhilfesystem an einem Ort fest haben und Mitmachmöglichkeiten haben, den Hausbesuch dort anzubinden und ähnliches. Mir Vorbild ist die Stadt München, die 32 solche Zentren hat. Und wir werden es begrüßen, wenn die AWO in der Horner Freiheit, das ist ein Gebäude, das zur Verfügung steht, so etwas machen würde. Können Sie sich das vorstellen, Herr Elbers? Auf jeden Fall. Wir können gerne auch gemeinsam ins Gespräch gehen mit der Stadt, darüber sowas mal auszuprobieren. Es muss dann irgendwie finanziert werden aus irgendeinem Topf und dann gucken wir mal, wie es funktioniert. Und wenn es gut funktioniert, dann kann man es auch flächendeckend gerne in Hamburg einführen. Eine letzte Frage sei mir noch gestattet. Wenn Sie sich was wünschen könnten, was wäre das für Hamburg, für die AWO? Ach, das ist schwierig. Also tatsächlich, ich will mal dieses Problem der Tarife und sowas jetzt gar nicht, das ist, ich hoffe, nur eine Momentaufnahme und das lösen wir hoffentlich gemeinsam mit dem Senat. Was schwieriger zu lösen sein wird, ist tatsächlich die demografische Entwicklung. Die Fachkräfte, die fehlen, die fehlen einfach und da würde ich mir wünschen, dass wir anfangen, ehrlich darüber zu diskutieren und nicht so zu tun, als würden sie schon irgendwann irgendwo herkommen. Wenn wir das nicht in die Hand nehmen und wenn wir nicht akzeptieren, dass wir weniger Ressource zur Verfügung haben, mit der wir irgendwas machen müssen, dann haben wir ein Problem. Und da würde ich mir wünschen, dass wir miteinander ins Gespräch kommen und ehrlich damit umgehen mit diesem Thema. Vielen Dank, Herr Eppers, dass Sie da waren. Vielen Dank auch an unsere Zuhörenden. Auch von meiner Seite nochmal herzlichen Dank fürs Kommen, Herr Eppers. Ich danke herzlich, dass ich hier sein durfte. Das war Sozial geht immer, der Podcast des SOVD Hamburg. Wir freuen uns über Feedback an info-at-sovd-hh.de Sie wollen mehr vom SOVD Hamburg erfahren? Dann folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen oder gehen Sie auf unsere Webseite. www.sovd-hh.de www.sovd-hh.de www.sovd-hh.de